Na, weinen. Jetzt weinst du? Guck, wer ist da? Guck, guck, jetzt weinst du nicht, oder? Hallo, wer ist da? Guck, wer ist da? Valentin ist da? Ja, und jetzt? Jetzt du bist da. Ja, genau. Na, jetzt willst du nicht mehr weinen? Ja, weinen so. Ja, guck. Oh, was mache ich? Falsch. Oh, so. Aha, jetzt? Guck mal. Ja, jetzt? Wer ist da? Valentin und der Opa ist da. Genau. Ja, er sagt, hallo Opa. Und, warst du mit dem Schlitten? Oder nicht? Habt ihr Schnee gehabt? Ja. War, oder? Wann? Als, nein. Woher war ihr? Ja. War schon Schnee, oder? 15 Zentimeter. Echt? Ja. Na, hier heulen. Heulen. Na, guck du, jetzt weint er nicht, wenn er dort reinguckt. Na, wer ist da? Guck. 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 Huh? Eh? 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 Jetzt, wie lange? Noch eine Woche, dann bist du auf Monate, oder? Ja. 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 Jetzt ist er ruhig. Guck. Guck. Der Handy ist fast ganz Tolles. Alle Kinder wollen nur Handy in den Händen und dann ist alles Tolles, he? hallo hallo ein bisschen jetzt wirst du nicht mehr heute bist ganz ruhig geworden ja dann mache ich pause und wenn du anfängst sag was dach hallo wie geht es dir freust du dich unten oder oben sind die ganze mitte kommen raus pants oder hallo 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 tu da bisschen weh es geht schon vorbei ja ja genau so Schau sie an, schau sie. Mach weiter. Genau, mach weiter. Hopp, 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 auf. Ja, ja, genau. Ja, auf. Komm, komm Zopa. Komm, ja, komm. Auf. Komm Zopa. Ja, komm. Ja, noch ein bisschen. Ja, bravo. Bravo, komm, gib die Hand. Ja, komm. Komm Zopa. Ja, ja, hopp. Gib Gas. Ja. Na. Komm Valentin, wie hast du vorher gemacht? Ja. Komm, zeig mir. Komm, zeig. Zeig Zopa, wie machst du denn? Ja, so. Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, Kledatier. Hopp, 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 hopp. Jetzt. Eins, zwei, drei. Und? Komm. Ja. Genauso. Eins, zwei, drei. Und? Gas geben. Komm. Komm. Jetzt. Genau, so. Komm. Auf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Hopp, hopp, hopp. Komm. 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 Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Komm. Sechs. Ja, wir lieben, wir fliegen. Guck. Ja, der fliegt. Nein, wenn er so macht, wird er in den Arm genommen werden. Komm. Komm. Nein, ich. Gas geben. Ja, Valentin. Gas geben. Hopp. Genau so. Mit Musik geht's besser, oder? Wo gehst du jetzt da? Gehst du zur Fernse? Hallo. Hop, 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 auf. Kinder, Kinder. No, das gibt's doch. Hop, hop, hop. Ja, kann's geben. Na, träsch die Um jetzt? Jawohl. Na, träsch die Um. 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 Ja, Valentin, komm. Mach. Mach Übung. Ja, genau. Auf. Komm. Komm mal. Ja. Gib Gas. Ja. Valentin. Hopp, 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 auf, gib Gas, komm, ja, hopp, 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 ja, Kassgeber, ja. Bist du aufgewacht, ja, hast du gut geschlafen? Erzähl dir, Hopp, hast du gut geschlafen? Hast du Mama in Ruhe gelassen, ja? Sag, hallo, le, sag, hallo, hopp, 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 hopp. Du bist ernst wie dein Papa, ja, du bist ganz ernst, oh ja, sag mal, wieso bist du so ernst? Ja, 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 nehmen, ja, hopp, 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 hopp. Wer ist da? 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 Kuck mal. Kuck. 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 Wer ist da? Valentin. Ja? Jetzt bist du brav. Gestern hast du geweint, ja? Hast du dich mit mir gewöhnt, ja? Sag ja, Opa, hab ich mit dir gewöhnt, ja? Kuck. 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 Du goldige. Du bist ein goldige, ja? Genau. Wo ist Mama? Wo ist Papa? Sollst nicht anfangen zu heulen, ja? Bitte nicht heulen. Ich bin doch mit dir, ja? 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 Wer ist da? Wer ist da? Sagt mir. Otto, 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 Otto. Valentin ist da? Ja? 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 Kuck mal. Hm? Ist du ernst? Ja? Kuck mal. Kuck mal. Kuck mal. Oh, hast du schöne Augen? Oi, 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 oi. Hast du auch schöne Augen, du? Hast du gehört? Tick. Tick. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Tick, tick, tick. Ja? Ja? Du bist ja goldig, du. Äh! 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 Äh, äh! Du bist ja goldig, ja? Jetzt kommt das. Ich weiß es. Hallo, was du? Das war ich? Ich bin jetzt! Das sind die Mänen! Und das sind die Mänen. Die Mänen sind die für die Mänen. Das sind die Mänen. Das sind die Mänen. Die Mänen! Die Mänen! Ja, sehr gut. Valentina, Valentina. So, jetzt. De Pakaleskio. Genau, so. So, schau mal dort. Ja, nochmal. Prima, habe ich die Lösung gefunden. Siehst du? Jetzt bist du bereit. Guckst du dort? Und der Opa gibt dir Essen. Ja? Guck, wie ernst er guckt. So, komm. Willst du jetzt oder nicht? Hoppala. Bravo. Oh, nicht draußen spucken. Nein, 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 nein. Was gibt's? Jetzt weiter. Ups. Bravo. Eins nach dem anderen her. Guck, bald hast du geschafft. Bald. Ich werde dich. Ja oder nein? Ups. Guck. So, machen wir dich. So, weiter. So, okay. Kuckuck. Komm, weiter essen. Komm, Valentina. Hopp. Bravo. Ja. Was ist? Willst du nicht mehr? Tauchst noch ein bisschen. Dann hast du alles gegessen, ja? Dann gib dir Mama ein bisschen Milch. Und dann geht ihr nachher spazieren. Zu die andere Oma. Hopp. Was hast du dir jetzt angestellt? Guck. Guck. Ja. Wenn du das rüberziehst, dann siehst du dich nehmen. Ja? Komm. Opsala. Gesundheit. Ja. Gib mir dann, wie heißt das? Du. Weil guck, die Nase ist vorne. Guck dir an. Guck. Guck. Guck wie du aus ist. Guck. Guck. Guck mal hier. Guck wie du aus ist. Guck. 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 Siehst du? Guck. Guck. Schön. Nicht schön. Ja. Eieieieie. Du musst ruhig bleiben beim Essen. Eieieiei. Er ist satt oder? Will er nehmen? Ja. Lass mich mal probieren. Woh, wo ist es? Wirst du nehmen? Wirst du nehmen? Aber guck, wie das schaut so genau. Komm mal her. Mund auf. Hier bleiben. Mund auf. Bist du zur Abkennung? Zu Mama. Zu Mama gucken. Hallo. Ali, hallo. Was ist los? Hm? Wer ist da? Die Vorentina, oder? Fast alles leer geputzt. Ei, 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 ei. Bravo. Alles wasch gegessen. Ja. Dann wirst du groß. Ja. Dann gehen wir spazieren. Dann können wir laufen und ein bisschen Fußball spielen. Da im Garten mit dem Ball. Mhm. Aber bis dann vielleicht seid ihr anderswo. Vielleicht. Vielleicht. Langsam. Jetzt. Jetzt. Lalalalalala. So. Jetzt bin ich satt. Lalalalalalala. 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 Fertig? Fertig. Gut gemacht. Bravo! Alle! Bravo! Alles vergessen! Bravo! Ja! Komm her! Bleib hier! Jetzt bist du sauber. Jetzt machen wir noch ein Foto, wenn du sauber bist. Guck! Schönes ohne das Lötzchen. So, jetzt guck. Wir drücken da rein. Hopp! 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 Jetzt mit den Beinen. So machen wir. Guck! 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 Vier ist er. Haha Huh Guck! 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 Es Sonic Manakau. EWhat Guck! Das ist auch cool, wenn ihr mich so anguckt. Mach die Augen an vom Opa. Du machst ihn kaputt. Mach ihn kaputt, dann kauf Papa. Nein, nein, nein. Ein iPhone. Wie immer, iPhone, iPhone, iPhone. Ja, das ist auch ein Telefon. Oder iPhone oder Samsung. Oder Toyota oder Mercedes. Guck. Hello. Sag was. Sag was willst du jetzt jeden Tag mal quatschen? Okay, machen wir. Na, weinen. Jetzt weinst du? Guck. Wer ist da? Guck. Guck. Jetzt weinst du nicht, oder? Hallo. Wer ist da? Guck. Wer ist da? Valentin ist da? Ja? Ja, und jetzt? Jetzt du bist da. Ja. Ja. Genau. Jetzt willst du nicht mehr weinen? Ja, weinen so. Ja, guck. Oh, was mach ich? Falsch. Oh. So. Aha. Jetzt. Guck mal. Ja. Jetzt. Wer ist da? Ja. Valentin und der Opa ist da. Genau. Er sagt, hallo Opa. Ja. Jetzt. Der Pacaleschio. Genau. So. So. Schau mal dort. Ja. Nochmal. Ha. Prima. Habe ich die Lösung gefunden. Siehst du? Jetzt bist du bereit. Guckst du dort? Und der Opa gibt dir Essen. Ja. Guck wie ernst der guckt. 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 Was gibt's? Jetzt weiter. Ups. Bravo. Eins nach dem Mandel, ja? Genau. Eins nach dem Mandel. Ja. Hallo Oli. So hallo Opa. Ups. 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 Du bist ernst wie der Papa. Ja. Du bist ganz ernst. Oh ja. Sag mal. Wieso bist du so ernst? Ja. 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 Nehm. Ja. Hoppla. So. Hoppla. 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 Und du wirst, du wirst du? Wirst du? Du wirst du? Du wirst du wirst? Aber Papa sollte es gleiche machen. Ja, du wirst du nicht mehr so viel, die ich nicht mehr so viel. Ja, hoppala! Nie ist ja so ziemlich gut. Du wirst du wirst! Ja, das war ich! Ja, ich sage mal Papa, was. Guten Morgen Bubbele, bist du aufgewacht? Ja? Hast du gut geschlafen? Erzähl dir Opa, hast du gut geschlafen? Hast du Mama in Ruhe gelassen? Ja? Sag, hallo Opa. Du bist ernst wie der Papa. Ja, du bist ganz ernst. Ja, du bist ganz ernst. Ja, ja, du bist. Ha, da, da, da da, da. Ver ist dah, da, Diferentyn ist dah, da Opa ist dah. Ich kann dich das Fische mal, ich kann dich das Fische mal. Ja, fische die Motor. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.